ARD Text im Auftrag von Funk Oh Leute, wer kommt denn jetzt hier? Arme Na! Oh Scheiße! Komm mit! Oh nein, Alter! Oh Mann! NEIN! Macht der so viel Damage, Alter! Ah, die scheiß Tesla-Kuppel hat ihre scheiß Ulti reingehaut! Hat so viel Schaden Die merkt man manchmal gar nicht, wenn man so drin steht Merkt nur, dass man übel Schaden kriegt Ich hab ihn noch schnell rausgeportet, Alter! Ich müsste jetzt aber auch mal zurück, weil... I have no life So, hier erstmal nach hinten Jungs, auch wie immer schön Soll ich das jetzt noch recht verteidigen? Naja, fällt mir... Naja... 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 Jetzt ist ja Rampage gestorben, ich krieg'n Ast, Alter! Wie... Naja... Warum geht der denn so offensiv drauf, Alter! Wie kann man denn so blöd sein? Ich hab mich nur zurückgeportet, das muss es dir mal geben! Die Warnkrat noch in der Mitte! Die kann man den Binnen von 6 Sekunden als Rampage Tauer verlieren! Das ist eigentlich auch möglich! Naja... 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 Huuuw... Ja... there is one... Nope, there is a look... ich habe auch erst 36 ist eigentlich auch nichts jetzt in der Mitte Mitte die Gadget ja okay oh, Luca, jetzt mach ich nicht platt na, was? Ehrlich? Jeden, das? Ja, ich hab's ja gesagt, du musst es kaum egal Oh, warte, ich bin aber gleich da Alter, der macht ja übel Damage naja, das ist hier so ein richtiger Damage-Packen nein, jetzt hab ich keine Ahnung, fuck Oh, es sind noch mehr, oder? Äh, ja, ja Oh, reißultiii Scheiße Oh, wie einfach raus springt, ey Pussy Oh, komm Oh, komm Wenn ich geh rauf, geh rauf, geh rauf, geh rauf, geh rauf, man Oh, geh rauf, geh rauf, man Sie sind verarschen, oder was? Ja, dies dies hauptsächlich nur auf Schutz gefiedert Oh, hat er auch jeden Ding getroffen, eine, die ist aber richtig, so richtig auf Energie gegangen, alter mein Ulti hat er fast nichts gezogen, äh Na, wenn der Grasor ist ohne weggekommen, ne? Ist rausgesprungen, du beschwein, alter Nee, 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 das ist so Der ist tot Wenn du als Grasor nur auf Damage gehst, bringt ja eh gar nichts Ach, ich Idiot, ich bin so behindert, warum man steht jetzt die mittleren Tower Oh Hä, war schon vorher da Ja Ja Nee, ich rede der Gegner schon mit, oh, ich war doch gerade davor Ach, du, die Gadget war schon da, ich bin mir sicher, ich bin mir zu beschreiben Äh, Mitte der Wo sind die hin? Weg, oh, ja, nicht so Doch, nur noch, nur noch ist abformbereit Ja Warte, 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 warte Na, da fliegt aber gerade, der haut ab Ey, das ist doch voll live Na, wäre ich groß genug Der, aber la, 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 äh, Ulti gezogen hat Das ist scheiße, ey Was? Ey Oh, die wollen den Teamfight, der wird auch nicht zu weit abform Oh, ne, 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 auf, auf, auf Ach, du Kacke die sind aber nicht gut Alter die sind eigentlich richtig schlecht wenn der Murdoch der macht ja nicht mal richtig Damage aber diese blöde Bellica die geht natürlich voll auf Schutz an das geht mir schon wieder richtig auf den Sack ja Alter natürlich nur Energierüstung wahrscheinlich die hat hier gekuppelt pass auf ja da kommt doch hin traut euch jetzt hauen sie ab es ist mal rechts einer die Lane ein bisschen zurück pushen ja geh gleich hin ist ja nice ich hab schon noch neun Punkte ich glaub ich geh die mal schnell vergeben weiter sonst Morgung vor allem macht in unserem Mord und jetzt wird unser Mord und jetzt wird heute kein Bock mehr kann ich bitte so schnell so oft sterben es ist ja schon vorlässig Prozent das Gegner Team ist eigentlich absolutes Krüppel Team ohne Spaß wenn ich allein das Deck von Greystone sehe der geht nur auf größeren Angriff der hat wahrscheinlich nichts anderes in dem Deck drin als Angriff wenn er keinen Schutz hat ich mach den mit meiner Ulti den Platz was macht denn der scheiß blöde Ficker immer nach vorne Alter was ist denn bei dem falsch der Gent als Rampage in fünf Mann rein er soll so Leute kennengelernt annehmen ihr wollt ihr Kinder Gründer für die Gruppe macht man hat denn die wir so umgepackt irgendwie ja ich will ja nicht in fünf Leuten werden nur weil ich in Külern befreit das Prozent nix größer ist recht oder Wissen sowieso, irgendwann müssen wir ja ein Teamfighten, wir müssen ja mal irgendwann was, wisst du wie? Aber ich übernehme für sowas so ungern Verantwortung, wenn was schief geht, äh. Ja, 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 jetzt. Der, der Mörderkuss bei mir, der Knie geht schon. Ich bin bei Mörderkund Gadget. Aber wenn du jetzt nicht unbedingt bei mir bist, dann... Bei dir muss ein anderer sein. Pass auf, der Greystone kommt hier in die Mitte. Ja, ja. Die sind alle wieder in der Mitte, die kommen immer sofort in die Mitte, wenn wir uns ein bisschen vorrücken. Wir müssen unbedingt mal in den Fight rein, ey. Ja, jetzt haben sie Rampage. Ja, jetzt haben sie nämlich getötet, oder der ist auch richtig schlecht, der ist richtig dumm, ey. Kommt der klar in der Mitte? Ja, ja, noch ja, aber ihr müsstet denn also irgendwann mal durchpushen irgendwie, keine Ahnung. Ja, wir müssen jetzt mal mal zurückgehen. Ja, weil jetzt du kommst, weil ihr einfach durchziehst die Rand-Ulti fertig. Genau, weil ich habe um eine Ultima, ich kann voll wenn der Mörder, muss ich nur treffen. Der Vorteil hat, aber wenn er so, sei auch ein Dschungel kommt in der Hand, der keiner. Ja, dann muss ich es nicht sprechen. Ach, nein. Ja, kein mehr was bei der Ne. Ja, ich kann nicht sehen. Ah, scheiße, wo sind wir hier nochmal ein Benachrichtigung von rechts? Oh, äh, Achtung, Hilfe, ne, halt. Achtung, Benachrichtigung, andere. Oh, so. Das ist im Wohnraum. Ja, der ist so weg. Was jetzt hier mit Links, Greystone? Ja, komm, ja, drauf. So, das ist ein Knüppel, der rennt von rechts auf links, äh, was ist mit ihm? jetzt ob er das in den abladen oder am ehemal wir versuchen uns auseinander zu ziehen das ist ein schlauer ich denke schon eigentlich wenn wir als Team zusammenbleiben weil gut wir haben auch zwei Rindungs aber eigentlich wenn wir hier zu dritt rumlaufen es dürfte nicht viel passieren theoretisch scheiße ich hab keine Worts mehr ich hab noch zwei wo willst du hin naja unten auf der rechten Seite dass wir hier pushen können du musst aber links äh Greystone und Dingens kommt zu dir äh hier Nabetsch komm mit äh natürlich ich lass dir erstmal schön vorbeilaufen und jetzt los genau auch immer die leistige Gadget alter in den Sack scheiß Pussen scheiß Greystone ist noch da wir spielen du oh Jungs wo seid ihr wenn habt ihr kommt da raus da unten ist scheiße zu könnten oh nein 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 nicht diese scheiße man ey was war das denn jetzt boah springt dir hinterher ey habt ihr euer schön verpisst ey du hast doch gesagt komm da weg ja du rennst genau zu mir dass ich dieses scheiß Heft mir nur noch abkriege ey ich hab doch hinten keine Augen ja ich hab doch gesagt hau ab hau ab irgendwo anders ey ja der kriegt das natürlich auf die Fresse der erwartet sterben ja das ist natürlich zum Caspar heiter ist ganz schön belastend der Typ auf jeden Fall eh er kann aber halt leider von Hause aus so eine übel zu hohe Widerstandstraft ich bin ja nicht in der Dschungel warum was macht er noch die haus da kaputt ja schön aber nicht jeden fünf mann hat das der beschweren ja auch wahrscheinlich als geht ihr noch hoch ich verliere den leben er hat schon wieder 133 jetzt verliert er wieder effekt wie kann man denn jedes spiel immer weiter scheiße bleiben alter muss ich noch mal ein ich glaube das ist bei manchen einfach nicht drin das talent fehlt dann kannst du auch ein mathe genie sein das bringt ja nichts ich bin jetzt wollen wir ja schon hier genau die selben Stats alter ja ja jeder wie du es brauchst richtig hart ich bin mit 36 krampenpunkten ja auch nicht so schlecht Jungs Degas warte mal ich bin ja perfekt feld oh ich bin da komm holen jetzt hier vorne hier das dumme stück scheiße raus 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 hin 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 na ich hab mir hingestarrt mit kacke der wusste jetzt dass ja keine dinge zum herz keine ulti oder ist ja irgendwie ich hab ich jetzt die kriege kriegt das soll was aufbauen eben nicht ich hatte die mann also ich hab schon mal aber ich hab kein stein geniessen und schlug ja bin doch schon unterwegs mein kleiner alles gut aber ich will es zu spät näher und bekommen okay der wird schon beschossen weiter kriegen wir dennoch und ich will dich nicht blockieren läuft du mal vor der schon weg ja genau die grüße noch mehr er ist leider reisemodus gut schimmer schwarz schimmer schimmer ich krieg den ja neid Nein, da ist er. Was? Ja, aber es bringt uns ja nichts mehr. Oh Mann. Das war die immer bei ihm mache. Immer wenn ich ihn so schmeißen will, verzehr ich den nochmal so und dann triffst du irgendwie immer. Das ist voll krass. Ja, ey. Das ist ein guter Trick. Ja, ja, ich kenne das. Ich kenne das. Aber bei Richter klappt der Trick irgendwie nicht, aber mit seiner Keule klappt es irgendwie übelst gut. Oh, ich habe eine schwarze Waffe, könnte man nicht mal hier pushen. Ja, das ist wieder des Opfer hier. Nun lass einfach mal irgendwo jetzt pushen hier, die drei, vier Mann. Ja, Jungs, bin ich da. Ich bin hier in der Mitte, ich kann den wiederholen. Na, aber auch frei. Aber warte mal, komm ich mal links. Das geht ja längst, das geht ja längst. Ja, die checken das nicht, ne? Was? dort bin auch gleich da und nehmen die Scheiß Kuppel egal ich bin mir auch vorbeilaufen ja aber ich kann jetzt nicht alleine drauf gehen ich werde hinter dir sehen meine Greystone ist fast tot, naja jetzt zieht der Ulti ich hatte in diese Lappen liegen ich glaube ich spiele den Krux auch wieder auch voll Damage ey diese Spacken Hauptsache ich mach schön Damage Alter ey so ne Kunden ey das ist immer so lange durchhalten äh das ist halt Greystone die Schwuchtel äh mit deinem zweiten Kackleben Och ne, wenn der Murdoch jetzt wieder überlebt alter alter das Maul nein da sind beide dran aber er wird sich noch umporten sollen naja, ja schafft es noch, oder? ja nein und der Murdoch hat seine Rüthi schon verschwendet Tja, ihr kleine Missgewurten Gott sei Dank hab ich grad physischen Schutzkarte rin gehauen, Alter, dann wär die Situation richtig eskaliert ja die mittlere Tau, die fände ich jetzt aber nicht mehr, Alter, mit für sieben Monate Leben, Alter wird das nix dass ich den jetzt nicht gekriegt hab ne, der Murdoch, ey der hatte gar keine Leben mehr, der war schon richtig vor allem der ist so kacke der Typ, der macht sein Schild einfach wenn du in seiner Uni stehst ne, der denkt so springt was der ist so kacke und der trifft auch nicht Was macht denn der da links, Alter, wer ist denn das? Boah, der aber ganz knapp hat er sich den geholt, ey noch nicht der Beste aber jetzt Murdoch jetzt wird den noch nicht weghaut, der hat nicht eh ne Schutzkarte drin, der andere Greystone, das ist traurig ey das ist richtig traurig und mit dem Murdoch krieg ich will ihn holen den Lappen jo ich kann, ich fass es nicht, dass wir am verlieren sind, das ist eigentlich ja warte mal, David, komm mal zurück hier, hier ist Chimera ja ah, scheiße na na jetzt wer kriegt den auch nicht, oder? da können wir reingehen, sind sie nur zu zweit, oder? ja das ist schwierig hier so dumm rum die Lappen ey, mal krieg ich diese hässliche scheiße von dir ab, ey ja, das war, ey ey, du verlierst ja kaum noch Leben durch das Ding, ey ja, weil ich ne Rüstung drin hab ja 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 da ja 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 dir komm mal da raus du Fotze alter brechen mit dir jetzt hier ey die geht so hart auf den Sack komm da raus das hier nicht tot geht ey die anderen beiden aber auch nie mit angreifen wenn wir im Teamfight sind alter die greifen immer nur für sich an